Herzlich Willkommen in Rappenburg im Stoi, in unserem Restaurant, wo wir Ausnahmeköche begrüßen, die durch ihr Tun wirklich eine unglaubliche Handschrift in der kulinarischen Welt hinterlassen haben und heute einer meiner besten Freunde, ein großer Impulsgeber für mich, Heiko Antonewitsch aus Dortmund, der Molekularpapst, die absolute Instanz, wenn es um das Thema Sous-Vide geht und jetzt sind wir auch schon dabei, progressive Kochtechnik, Wir haben heute die Bifa hier, ein Gerät, das 800 Grad produziert und wo man wirklich geil braten kann oder einfach eine Röstaromatik hinbekommt wie mit keinem zweiten Gerät. Heiko benutzt es auch ganz gerne mal. Was sagst du dazu? Genau, also ich bin ja ein sehr, sehr großer Freund des Sous-Vide-Garrens. Für mich gibt es keine bessere Vorbereitung als Sous-Vide vorzugaren und das Finishing einfach im Bifa dann auch zu machen. Mit einer starken Oberhitze einmal das Fleisch umdrehen und dann innerhalb von kurzer Zeit das Fleisch einfach auch zu servieren. Nichtsdestotrotz ideal auch für Gemüse. Denkt mal dran. Bifa im Gemüse? Bifa und Gemüse. Da müsste ja Gemüse heißen. Gemüse. Gemüse. Vielleicht gibt es den nächsten Namen. Eine neue Idee. Genau. Wir werden ihn heute auf jeden Fall einsetzen und ich freue mich auf einen schönen Abend. Genau. Wir werden ihn heute auf jeden Fall einsetzen. Wir werden ihn heute auf jeden Fall einsetzen. Ja. Vielen Dank.